Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video. Micro Strategy bzw. Michael Saylor kauft 2500 Bitcoin. Das heißt für uns, wir gehen auf jeden Fall short. Wir dampen jetzt in Richtung 8000 oder 10.000, was weiß ich. Wir gehen short, 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 short. Nein, natürlich nicht. War nun ein kleiner Spaß zu Beginn des Videos. Ihr wisst, was normalerweise folgt, wenn Michael Saylor Bitcoin kauft. Wir gehen nach unten. Kurs hat sich schon ein bisschen nach unten hin bewegt. Was wir jetzt die nächsten Stunden bzw. die nächsten Tage jetzt auf jeden Fall erwarten können, schauen wir uns im heutigen Update-Video an. Doch bevor wir starten, gerne dem Video ein Like da lassen. Abonnieren, Glocke aktivieren und in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinjoinen. Link wie immer unten in der Videobeschreibung und damit jetzt auch genug Eigenwerbung gemacht. Wir starten jetzt durch. Momentan traden wir bei ungefähr 16.600 US-Dollar. Kurs hat sich wirklich ein bisschen nach unten orientiert. Also jetzt die letzten paar Minuten sind wir um sage und schreibe 30 Dollar nach unten hingedumpt. Wir sind aus unserer Range ein bisschen ausgebrochen heute Nacht. Die Long-Position, die wir bei 16.600 US-Dollar aufgemacht haben, wurde ausgestoppt. Leider. Aber ich habe es ja gestern schon in der Telegram-Gruppe dazu gesagt. Es war sehr, sehr wahrscheinlich, dass diese Long-Position früher oder später sowieso in den Stop-Loss fällt. Nachdem wir eine sehr, sehr enge Range hatten und sowieso sehr wenig Volumen im Markt, wundert mich das ehrlich gesagt nicht. Wir warten jetzt das erste Mal ein bisschen ab. Wir sind dann genau ins Golden Pocket eben dieser Range reingekommen. Haben hier so einen leichten Bounce gesehen plus 1-Stunden-Bullish-Divergence, was wir auch noch vorliegen haben. Die hat aber wiederum nicht so wirklich gezündet. Man merkt es auch, die ganzen Tech-Werte sind absolut am Absaufen. Tesla nur noch am runtergehen. Zieht aber dafür Bitcoin sehr, sehr wenig nach unten. Wir blicken mal ganz kurz auf den Nasdaq. Wo haben wir den Nasdaq? Hier. Sieht auf dem 1-Stunden-Chart ziemlich ähnlich aus, aber trotzdem so von der ganzen Korrekturbewegung doch ein bisschen Unterschied im Gegensatz zu Bitcoin, wo wir uns in dieser Range befunden haben. Wie gehen wir jetzt weiter? Wir haben unsere Long-Position weiterhin bei 16.490 US-Dollar. Dort liegt unsere Limit-Order momentan noch und ich glaube auch, dass die früher oder später noch geholt wird. Also klar, wir hatten jetzt unseren Bounce in unserem Golden Pocket mit der 1-Stunden-Bullish-Divergence. Mir fehlte aber irgendwie noch was. Und wir haben halt eben noch den Vektor, der hier unten eben noch liegt. Sollten wir uns den holen, dann hätten wir vielleicht sogar eine Triple-Bullish-Divergence. Klingt scheiße, ist aber so. Die uns dann vielleicht ein bisschen pusher bis ungefähr 17.000 US-Dollar geht. Und da oben ist einfach, sage ich mal, momentan das meiste an Widerstand. Brechen wir da durch, kann sehr, sehr schnell nach oben hingehen. Das haben wir die letzten Tage immer schon wieder versucht, hier oben auszutesten. Uns fehlt aber einfach der Schwung. Und die Liquidität liegt meines Erachtens weiterhin unten bei diesen 16.490. Wenn nicht sogar noch unter diesem Wig, den wir hier drüben hatten, bei 16.200 US-Dollar. Da müssen wir meines Erachtens nach auf jeden Fall noch runtergehen. Weil ansonsten, wie gesagt, es tut sich wenig klar. Die Umsätze sind gering. Es sind immer noch ein bisschen Feiertage oder so zwischen Weihnachten und Silvester. Trotzdem, das ist für mich momentan zumindest das erste Anlaufszenario. Ich bin aber am überlegen, ob ich nochmal eine neue Long-Position aufmache. Da werde ich euch natürlich dann noch ein Update dalassen. Aber ansonsten, die Position 16.490 US-Dollar steht momentan. Das behalten wir auf jeden Fall im Blick. Ansonsten ist natürlich weiterhin die Gefahr, sage ich mal hoch, dass wir immer noch tiefere Tiefs sehen. Also jetzt natürlich, Michael Saylor hat gekauft. Ihr wisst, wir gehen jetzt auf jeden Fall runter. Ne, Spaß. Reicht jetzt auch mit Spaß nicht, dass hier irgendjemand wirklich noch short geht. Deswegen, für mich, ganz ehrlich, es ist nicht mehr weit, sage ich mal, nach oben zu unserem Falling-Vedge. Das ist bei ungefähr 17.400 US-Dollar, 17.500 US-Dollar. Jahreswechsel steht an, vielleicht in ein bullisches Jahr und so. Es wird sich meines Erachtens nach diese Woche vielleicht wirklich noch entscheiden. Also entweder brechen wir jetzt hier wirklich diese Range endgültig. Wir sehen Lower Low, wovon ich immer noch die Chance ausgehe, dass wir auf jeden Fall dieses Low sehen. Aufgrund des Volumens, was hier unten einfach noch liegt bei den 15.000 US-Dollar. Aber ansonsten kommt es wirklich auf den Daily-Chart darauf an. Brechen wir endlich unser Falling-Vedge, was wir jetzt auch schon seit Monaten ansprechen. Viel Platz ist nach oben hin nicht mehr. Aber nochmal so ein letztes, wirklich aller, allerletztes Fake-Out nach unten. Würde meines Erachtens nach dem Markt relativ gut tun. Aber gut, warten wir jetzt erstmal ab. Kurzfristig hat sich nichts geändert. Wir befinden uns in der Range. Long-Order sind positioniert. Short-Order läuft noch. Auch hier nochmal zur Erinnerung. Zweiter Take-Profit ist genau da, wo wir unsere Long-Order haben. Also der Short läuft noch. Long zu. So, ganz kurz mal zusammengefasst. Vom Volumen her auf den Daily nichts im Markt. Das spiegelt einfach auch wiederum die Range wieder. Gut, dann würde ich sagen, blickt mal rüber zu Ethereum. Hier leider immer noch keine Short-Position offen. Das ärgert mich immer noch ein bisschen, so nach dieser ganzen Bewegung hier. Aber wir wurden leider nicht abgeholt. Ansonsten 1.194 US-Dollar. Long-Order, wie gesagt, laufen bei manchen noch eins oder zwei. Je nachdem, ob ihr den zweiten Entry hier bekommen habt. Ich habe ihn nicht bekommen. Trotzdem, die von 1.153, die läuft auf jeden Fall noch. Und ja, ansonsten auch hier wenig Veränderungen. Wir befinden uns auch hier in einer größeren Range, die ich mal ganz kurz einzeichnen kann, damit ihr wisst, welche ich meine. Das ist diese hier. Dieser Bereich, da bewegen wir uns drin. Liquidität liegt meines Erachtens nach hier unten bei 1.180 immer noch eine Menge, auch weil hier das Golden Pocket ist, was zum Beispiel bei Bing X und anderen Börsen noch nicht getroffen wurde. Also, dass wir nochmal so einen kleinen Wig nach unten hingehen, genauso wie wir es bei Bitcoin jetzt eben gerade besprochen haben, ist nicht gerade unwahrscheinlich. Vor allem, wenn wir einfach jetzt nochmal das Golden Pocket ziehen, von unserem Low zu unserem High, da fehlt nicht mehr viel. Und wir haben es halt, wie gesagt, bei manchen Börsen noch nicht geholt. Deswegen kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir auch hier bei Ethereum nochmal so ein kleines Lower Low kriegen. Wir hätten dann auch hier vom RSI her eine Bullish Divergence, würde also sehr, sehr gut passen, meines Erachtens nach auf einen 1-Stunden-Chart. Wir gehen hier runter, gehen ins Golden Pocket und kriegen dann die Trendwende, zumindest kurzfristig, je nachdem bis zum Jahreswechsel, bis hier hoch in den Bereich der 1.270 bis 1.280. Und da oben können wir uns nach neuen Shorts, denke ich, gut Ausschau halten. Aber ansonsten auch hier sehr, sehr wenig Bewegung, kann ich euch leider nicht viel Neues erzählen, sollte es irgendwelche Updates geben. Wie gesagt, Telegram-Gruppe. Dann, XRP, trauere ich extremst nach. Warum? Weil ich vielleicht wieder ein bisschen zu gierig war, vielleicht auch ein bisschen mit dem Setup ein bisschen zu eng gespalten war. Wir sind ja gestern hier Short gegangen, wurde auch Take Profit 1 erreicht, wurden dann, ohne Scheiß, ich hatte den Entry bei 37.20. Oder dann 37.19 und ich wurde hier um 0,002 US-Dollar ausgestoppt. Ich hätte kotzen können, wo ich das heute früh gesehen habe, weil dann ging halt erst die richtige Bewegung los. Aber gut, man kann nicht immer Glück haben. Es wären 4% oder nach jetzigem Stand immer noch 3%, es wären 10% mit einem Dreierhebel gewesen. Was will man machen? Im Endeffekt, das Setup ist aufgegangen. Vielleicht habe ich einfach zu früh den Stop-Loss auf Entry gesetzt. Wer weiß, hätte aber auch absolut in die Hose gehen können, weil wir schon am 0,5er hier oben eben gedreht sind. Hätte, hätte, Fahrradkette. Wir lernen einfach daraus, beziehungsweise schauen nach neuen Entries. Aber momentan lohnt es sich einfach hier nicht. Wir blicken auch mal ganz kurz hier aufs Golden Pocket, von unserem Low zu unserem High. Da sind wir auch ins Golden Pocket reingekommen, von dieser gesamten Bewegung. Sollten wir jetzt hier runter nochmal kommen und auch so eine kleine Bullish Divergence hier ausbilden und diesen Wig. Und ihr seht, wie viel Volumen hier unten drin ist in diesem Bereich. Sollte es hier nochmal runter gehen, wäre nochmal die Möglichkeit, um vielleicht nochmal einen Long einzugehen. Aber dann muss auch der Stop-Loss hier unten beim 0,786er, gleichzeitig unser Abtrend, der hier noch gebildet würde, von dem Abverkauf von 0,33, müsste dann auf jeden Fall halten. Wir schauen mal ganz kurz vom Risk her, was das bedeuten würde. Sollten wir jetzt hier genau im 0,618er reingehen. Wäre ein 1,4. Ich würde es sogar bis 3% runterlegen ungefähr, weil wir hier unten eben noch so eine kleine 1 Stunden Demandzone haben. Plus wir gehen ganz kurz mal in die Vector Candles rein. Wie es da aussieht auf dem 1 Stunden Chart, haben wir hier noch Vector Candles. Momentan nicht. 15 Minuten Chart gibt uns vielleicht noch ein bisschen mehr Auskunft. Da haben wir auch keine. Okay, gutes Zeichen. Vielleicht können wir den Stop-Loss doch ein bisschen enger dann ziehen. Aber auf jeden Fall ums 0,786er, also bei 0,35 muss der Stop-Loss dann liegen. Werde ich euch natürlich noch ein Update in der Gruppe da lassen. Aber das ist so momentan die einzige Möglichkeit, die ich sehe. Leider wurde Short ausgestoppt. Tut mir leid. Stop-Loss vielleicht ein bisschen zu früh auf Entry. Kann man nichts draus machen. Aber vielleicht mit einer neuen Long-Opportunity. Genauso wie bei Bitcoin und bei Ethereum. Das sind momentan die drei Setups, die ich einfach sehe. Ansonsten war es das von meiner Seite. Wenn ihr irgendwelche Altcoin-Wünsche habt, morgen gibt es wieder ein zusätzliches Video. Gerne unten eure Wünsche reinschreiben. Morgen kommt aber, glaube ich, ich weiß es noch nicht. Entscheide ich morgen früh. Spontan vielleicht kommen auch zwei. Und ja, dann war es das von meiner Seite. News habe ich noch nicht aktualisiert, weil ich faul bin. Wann wird Bitcoin zum Allteil hoch zurückkehren? Das weiß keiner. Wir gehen jetzt erstmal runter. Nee, Spaß, das reicht jetzt auch. Ja, keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall deutlich bullischer. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das nächste Jahr auf jeden Fall seht. Würde mich interessieren, ob ihr bullish, bearish oder seitwerts seid. Gerne in die Kommentare reinschreiben. Das war es von meiner Seite. Wir hören uns zum nächsten Video wieder. Spätestens morgen dann. Morgen Abend dann auch wieder Livestream der letzten des Jahres. Würde ich mich freuen, wenn wir da viele von euch teilnehmen. Dann war es das von mir. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und stay crypto. Ciao, ciao.